okay ja hallo bei sondel niederösterreich dieses riesen axt teil haben wir hier ausgegraben stück hin weiter unten ich mache mir nicht so dabei film also ich habe ein kollegen mit der filmt dass diese axt haben wir gefunden vielleicht weiß einer wie alt die ist mein kollege meinte vielleicht älter aber ich bin mir da nicht sicher vielleicht ist es auch bloß was von der forst arbeit jetzt kann man das einigermaßen hier ist auch eine schmiede marke drin sehe ich gerade vielleicht weiß dass jemand vielleicht das wirklich schon was älteres hier zwei schmiede marken dass du seht die sind da so zu sehen vielleicht weiß da kennt sich da jemand mit aus ich könnte mir vorstellen dass das vielleicht auch wirklich ein bisschen älter ist dann hatten wir noch gefunden moment schmeißen wir mal zum rucksack hier ist ja der russe durch der hat ja da wo ich das oben beim letzten mal das fallschirmspringer abzeichen gefunden hatte da lagen die drei denn lag dieses neue industrie teil da oben noch auch ja alles gleich auf ein paar meter und zehn cent ja zehn cent liegen da auch noch also nichts besonderes einfach nur einfache scheiß geschissene zehn cent jetzt packen wir